Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Front mit mir den Kabinen. Wie ihr seht bin ich wieder zu Hause, ich habe einen Heimker gemacht oder ich bin nach Hause gefahren, denn ich habe nämlich schon angefangen hier so ein bisschen rumzubauen, wollte ich mal ein bisschen offline machen, habe schon angefangen zu sortieren und ich habe mich erkundigt und zwar unser Bauvorhaben, wo ist es, da ist es, ich weiß jetzt wie es funktioniert oder beziehungsweise in der Anfang ist es schon gesetzt. Das war ganz einfach. Ich habe das falsch gebaut. Das ist nämlich der Endpunkt oder das Endpunkt. Das dürfen wir noch ja nicht bauen. Da musst du nämlich noch was anderes bauen. Das habe ich übersehen gehabt. Hier, das. Dazu musst du nämlich bei uns die Markierung entfernen, dass du das bauen kannst. Dann kannst du nämlich das bauen, dann kannst du hinsetzen und dann musst du das einbauen und hast du nicht gesehen. Heidewitzka, da werden wir jetzt ganz schön zu tun haben, weil wir müssen das umbauen, dann müssen wir Fallen bauen und dann können wir eine Horde sparen, wenn ich es richtig verstanden habe. Die erste Horde dürfte nicht so schwer sein, weil das sind ungefähr zehn Dudes oder so, die wir wegmachen müssen und das können wir dann eben mit diesen Fallen, die wir hier vorhin haben, erstmal ausstecken, bestecken oder so in der Richtung. Aber dazu brauche ich Stein. Ach, und ich habe was vor mit euch. Ey, wir werden 300 Jahre sammeln müssen. Wir hatten nämlich einen Spawnheal gehabt. Also UFO-mäßig technischerweise. Das war nicht da, sondern hinter den Berg waren die Wesen. Genau. Da habe ich eine Knifte gefunden. Die haben wir schon. Und zwar diese. Aber in besser. In viel, viel besser. In, in holy shit besser. Aber die kostet auch, ja, ein Schöne, wie ihr seht. Ich will die haben. Ich will die haben. Ich will es bloß nicht, wie ich an den Staff rankomme. Heidewitzka. Da ist es. Wie gesagt, ich habe es schon mal hingestellt. Hey, ist ja Öl. Wie bist denn du hier hergekommen? Achso, und das ganze Lump hier, was wir hatten. Weil wir das nicht scrappen können und so. Habe ich jetzt entsorgt. Gerade die Schnauze vorgehabt. Habe ich einfach mal so gemacht. Und das funktioniert auch, Willa. Danke nochmal für den Tipp. Es ist wirklich so, falls ich mal hier, falls ich mal hängenbleiben, tut er so einfach bloß hier ausmachen. Und Willa anmachen. Und dann nicht, Willa. Jedenfalls hat das jetzt zweimal funktioniert. Ich weiß nicht, ob er danach noch funktionieren tut. Aber erst mal schon. So, warten Sie mal ganz kurz. So. Also. Dann Täter heißen. Ich brauche erst mal Standardblöcke. Weil die sollen nicht unten nicht kaputt glocken, bevor die Horde überhaupt angefangen hat. Und so bräuchte ich die Kleen, wa? Die hier. Nee. Das sind ja auch 2x2. Das sind auch 2x2. So, was brauche ich? Aber normal. Achso, die sehen ja nur so aus, ne? Ich glaube ja. Moment mal, die sind doch fertig. Na ja. Habe ich jetzt nicht so gesehen. Also. Das Rätselsting ist, ich muss das ungefähr in eine bestimmte Höhe hinbauen. Dass die das nicht kaputt machen und dann eben halt so wie in Night of the Dead würde ich mal sagen, so einen Durchgang oder so bauen. würde ich sagen, so hier ungefähr. Hä? Die ist richtig. Stimmt, der muss ja Doppelklick machen. So, Globig ist richtig. Hoppsache, die kommen da nicht ran. Ah, das war natürlich clever. Oh nee, ist nicht. Bitte ist nicht dein Ernst. So, da bin ich auch wieder. Ganz komische Ding. OBS hat mir gerade gezeigt, dass die Festplatte voll ist, aber die ist noch nicht mehr angekratzt. Also da ist es noch 1,5 Terabyte. Freie, keine Ahnung. Jetzt habe ich den Papierkorb leer gemacht. Da war ja nichts zu groß drin. Eine alte Seven Days voll mit 100 Gigabyte, aber ein theoretisch hätte noch hingepasst. Keine Ahnung. Das Spiel hat einfach abgebrochen. Ich habe gerade gedacht, mein PC so dü-dü-dü-dü-dü-dü. Steuerung war eben gerade nicht möglich. Quatsch, ist denn nun los? Bis ich dann mal auf den zweiten Monitor geschaut habe. Ah, Aufnahmen abgebrochen. Wegen voller Festplatte. Fahrrückt. Ich sage euch, Fahrrückt. Aber zum Beispiel habe ich das noch rechtzeitig mitgekriegt. Oh, ich habe die Steuerung umgestellt. Das habe ich auch noch nicht erzählt. Weil normalerweise hebst du da mit F auf. Und das ging mir so. Zeiger. Ich habe es jetzt ja so, wie bei jedem Spiel ist. E. Oder seien es heute. Immer schön mit E. So, wie gesagt, wir werden einen schönen Gang machen. Und dann links und rechts ein paar Pfeilen aufbauen. Äh, wir werden jetzt schon irgendwie wuppen, das Ding. Wie man so schön sagt, wir werden das Kind schon schaukeln. So, äh, Fundamente. Was ist jetzt hier Standardfundamente, das, ne? Ja, das sieht nach Standard aus. Äh, Stück. Sollte erst mal reichen, oder? Oder was sagt ihr? Ich würde sagen, das reicht. So, Falten, technischerweise, müssen wir dann oben nachschauen. Und dann hier noch ein bisschen was hier bauen und so, glaube ich. Aber wir sehen nicht hier, so was würde ich bauen. Ballisten. Irgendwas, was schießen tut. Das braucht Strom. Das ist wahrscheinlich auch. Gut, wir könnten wie bei Dings machen. Oben sitzen und treten. Aber ich gucke mal hier sowas. Und das. Das ist unser Ding hier. Die Behn. Ja, was dich nicht sehe. Ich habe da auch diese Dartschweb. Wahrscheinlich sind wir noch nicht in der Lage, die bauen zu können, oder so. Weil wir haben sie ja erfunden. Ja, ja, ja. So, ich hole mir gleich den Rest ab. Gleich. Tü, 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 tü. So. So, jetzt kann ich das natürlich nicht hier bauen. Was ist denn nun schon wieder los? Hä? Aber ich konnte doch eben bauen. Warum hängt das jetzt auf eben auch nicht mehr? Ich verstehe manchmal das Spiel nicht. Mal sagt er, ja, geht. Und manchmal geht nicht. Aber dann geht es ja doch. Denn vielleicht. Bitte nicht beides ankreuzen. Jetzt haben wir hier irgendwas. Ich weiß nicht, was hier im Weg stehen sollte. Da steht nichts. Oder warten Sie mal. Ich stelle mal jetzt doch so ein Ding hin. Und dann schauen wir mal nach, ob wir das nochmal bauen können, oder nicht. Das haben wir gleich. Ich will das jetzt wissen. Warum ziel denn du? Ne? Warum ziel denn du? Was kann denn hier sein hier? Das kann nicht sein, was nicht sein kann. Wo ist jetzt mein Holz hin? Jo, ich hab den selben Bug schon wieder. Ey, das kann nicht sein. Das ist, das ist eine gute Sette. Das ist echt nicht feierlich. Das darf nicht sein. Jetzt kann ich das nämlich hier nicht heransetzen. Ey, Spiel, das ist doch kacke, ist das da. Was soll das? Wie soll ich deine Defense bauen, wenn ich hier mal dran... Ne, da kannst du nicht bauen. Da ist es nicht möglich. Gut, hier ist ein bisschen abschüssig. Och, ey. Kann ich dich da ranbauen? Kann ich dich damit vielleicht ein bisschen so überbrücken? Vielleicht. Hier kannst du gar nichts bauen. Ne, doch, das geht auch. Dann mach ich das so. Dann ist es dem Teil so. Es ist nicht schön. Es ist nicht schön, aber es funktioniert. Bevor ich hier nochmal 20.000 Mal dran rum versuche. Hier kommen sie auch nicht hoch. Hier könnten sie vielleicht hochspringen. Da muss ich noch was dranbauen. Oder ich lasse das einfach erstmal laufen. Es könnte so einfach sein. Es ist eigentlich auch... Geben mir mal die Steine, danke. Ja, gut. Wie gesagt, dann muss ich irgendwie... an der Seite hochziehen und dann lasse ich bloß von vorne kommen können. Oder denke ich da falsch? Ist ja alles möglich. Naja, gut für ein Stück. So, dann haben wir hier eh eine Falle. Jetzt hol ich mal die anderen Fallen. Ich sie finde. Es sollten noch Fallen da sein. Da sind keine. Äh, habe ich hier vielleicht noch... Ne, Seile habe ich hier auch nicht. Also rein theoretisch hatten wir da auch hier noch Fallen gehabt, ne? Öh, da sind es wie mal zwei. Hier ist noch eh eine Falle. Aber ich glaube, wir hatten bloß zwei Fallen, ne? Immer Stacheldraht und immer das andere Ding. Das ist eine Tür. Das ist nicht das, was ich haben wollte. Mann, Mann, Mann. Das ist aber hier hoch, will er. Ey, eine Betonwand. Oh, damit könnte ich das eigentlich hoch machen. Wie gesagt, ich muss die, äh... die Seiten bloß zu haben. So, dass die nicht dran denken, hier hochzuspringen, hier. Und die Mazarin, das ist so erstmal nicht möglich, oder? Genau. Na, na. Es war nicht so, wie es sein sollte. War auch nicht so geplant. Aber was anderes liegt mir jetzt gerade nicht übrig. Ich würde es nämlich fertig haben. Und so ist es wenigstens von der Seite geschützt. Bis mir was besseres einfällt. Also, wo sind sie? Da sind sie. Und dann kann ich das schon mal wieder hier rinschmeißen. Um ein wenig Platz zu schaffen. Also, das ist hier Rezept. Da wurde, kann ich eigentlich gleich rinschmeißen. Da wurde nie gehört. Habe ich eigentlich schon. Aber ich habe das Rezept zweimal. Ey, hoffentlich wird das nie so ein großer Reinfall. Ich frage mich jetzt gerade auch, ob, äh... Ob das einen Unterschied macht. Hier wegen das hinstellen, wisst ihr? Ob die das wirklich nutzen. Aber wir werden es sehen, wa? Gleich mal hier hin. Und... Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Hier, das ist für Hausabsicherung, wa? Ja, genau. Hierfür ist das da. Oh ja, gut. Können wir ja trotzdem machen. Na ja, gut. Das ist nicht so. Und die Treppe... Vorne ran. Das wollte ich gerne machen, Spiel. Oh, sehr schön hoch, wa? Aber die können jetzt nicht hochspringen. Das ist auch schon mal korrekt. So, Stacheldraht. Wo habe ich das jetzt denn geschmissen? Da ist es. Aber das kann ich doch da hinsetzen, wa? Genau. Ob das schon... Jetzt sind es zehn Viecher, wa? Ein bisschen Munition habe ich, ja. Ich werde es versuchen. Wie gesagt, danach können wir ja immer noch... Umbauen. Aber ich werde es jetzt unbedingt... Machen. Ist nicht dein Ernst, oder? Ich kann es nicht setzen, hier. Ich verstehe die ganzen... Zirkus hier noch nicht. Ich kann auch hier nichts setzen, das ist... Ich glaube, ich dachte, das ist jetzt der Dings des Rätsels Lösung gewesen. Ach so! Ja, will ich ja. Aber ich kann es nicht. Ich will es ja setzen. Aber ihr lässt mich ja nicht. Und gleich ist es tot. Hä? Da. Da war es eben. Wollen wir? Na ja, gucken, ob die überhaupt hier rumloben. Ich weiß es nicht. Das ist nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Na gut. Ich werde es versuchen. Ah, denn. Aber die kommen auch einzeln, ne? Oder wie gesagt. Anscheinend nicht. So läuft der jetzt hier hoch. Nicht wirklich. Auch nicht. Na gut. Ich sag mal so. Es ist nicht so gelaufen, wie ich das haben wollte. Ich gehe mal davon aus, dass die Treppe nicht so korrekt ist. Ich muss das nochmal umbauen. Oder beziehungsweise den Durchgang. Dass die da hochkommen. Weil ich gehe mal davon aus, dass es daran gehapert hat. Unsere erste Welle. Unser Laufstieg hat überhaupt nicht funktioniert. Naja. Wo ist mein Staff? Ey, wo ist mein Staff? Was ist das jetzt hier? Ach so. Jetzt erhalt ich das erst. Ich habe keinen Platz. Wer hätte das gedacht? Na gut. Es war klar, dass sie einfach war. Äh, wird. Und mich würde jetzt aber erst mal interessieren. Wenn wir jetzt in die nächste holen. Ups. Nein. Abbrechen. Wie viele kommen denn dann? Gibt mal diesen Billobogen. Brauche ich da ja nie. Ah, so Billobogen ist ja ja nie. Der ist gelb. Also, das ist schon mal da. Jetzt muss ich bloß noch kicken, wie ich das da runtersetze. Oder ob das jetzt denn noch reichen tut für die zweite Welle. Garten wir. Also, beziehungsweise, warte mal. So, eine Welle hinter uns. Ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Gut, es wurde ja geschrieben, dass sie einfach ist, die erste. Aber, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Da weiß ich noch nie so, was ich davon halten soll. Vor allen Dingen, das ist doch jetzt diese Picke, ne? Aber auf. Ne, doch, auf Gold. Das heißt, die ist ja stärker. Ist die aber, ne, stärker als unsere ist auf keinen Fall, oder? Weil, wie gesagt, das ist ja Eisen und so. Ich weiß es nicht. Okay, habe ich mir das heute anders vorgestellt. Ich habe gedacht, naja, gut, weißt du, dann machst du das schön. Dann hast du auch was zu tun. Und dann funktioniert das noch nicht mal richtig. Oder funktioniert schon, aber dann halt anders. Ich bin gerade ein bisschen unterwältigt. Aber, wie gesagt, das ist ja gerade mal die erste Horde. Ich muss mir erst mal einen Kopf machen. Wie ich das vernünftig hinbaue. Beziehungsweise, das muss ja weg. Oh, wenn die Falle wegreißen, dann ist das ja... Dann ist das ja doof. Warten Sie mal. Ich muss mir eine neue Treppe bauen. Äh, da, jetzt ist es dunkel hier wie Arsch, oder was? Da braucht eine Beleuchtung. Na gut, dann muss ich das irgendwie machen. Hier hinkriegen, meint ich. Gut, wir haben ein bisschen was gekriegt, aber... Ist jetzt nicht so, dass ich sage... Wow. Naja, gut. Wie gesagt, bauen. Ich muss jetzt mal gegen hier... Konzeptmäßig... Was man da machen kann. Bist du fertig? Endlich. Ja, ich bin gerade an überlegen. Wenn ich das jetzt hier ansetze, dann sehe ich ja mindestens die Mindesthöhe. Dann kann ich das so abreißen und dann... Hä, das ist halt nie so, wie ich mir das gedacht habe. Da sieht er. Obwohl... Warten Sie mal. So. Das ist die richtige... Nee, ist nicht... Das ist eh ein Mühe höher. So, ja, Ecke kann da rüber laufen. Hä? Also, ich weiß ja nicht. Das ist irgendwie... Moment mal. Muss mal kurz mal gucken. Ich wollte gerade sagen... Ich habe gerade gedacht, ich bin Level hier... Äh... 22. Da titeln wir ja nicht. Und ich sehe gerade... Alter, ich habe Hunger und Durst, ne? Aber jetzt sehr schnell. Ich verliere nämlich gerade Lebensenergie. So, jetzt habe ich jetzt mal wieder ein bisschen was. Ei, ei, ei. Also, ich werde jetzt mir nochmal so... die ganze Schose ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Und gucken, was wir da machen können. Weil... Dass die dann nicht hochlaufen können? Ich weiß nicht. So, was ist denn hier jetzt... Kann ich hier auch nochmal irgendwie... Oder ist der jetzt da nur... Ja, zum Abreißen und Setzen. Der Biomarker und so. So, gut. Also, wie gesagt. Wir müssen dann mal hier Horde setzen. Naja, gut. Ähm... Aber ich kann ja auch... Ja, reparieren und so. Dann brauche ich Steine und so. Drei Stück. Aber der hat ja ja nichts kaputt gemacht, außer vorne. Wenn ich die Warte da auch reparieren will. Ach nee, auf Leveln. Quasi... Wenn ich jetzt in die Steine... Moment mal. Wenn ich hier die Steine rin mache. Was ist verlangt? Obwohl, das zeigt mir das ja auch so an. Ne, ich muss das im Inventar haben. Ach so. Gut. Ich habe gedacht, ich muss das jetzt auch hier rin schmeißen. Na ja, gut. Das Aufwerten ist nicht das Problem. Da kriegen wir halt in Steine und all so. Geh doch mal weg. Ich muss jetzt mal... Es wohnt mich ein bisschen, dass das so nicht funktioniert. Also wie ich das geplant habe. Und muss es dann unbedingt so dunkel sein? Ist es sonst auch immer so dunkel gewesen? Ich weiß es nicht. Mir kommt es jetzt dunkler vor. Na, wie gesagt, wir sind ja hier ganz am Anfang. Was das Horn angeht. Wie gesagt, wir können ja noch richtig fallen und so... Richtig gut bauen. Aber erst mal muss ich kicken. Wegen des Abschüssi oder so. Vielleicht bauen wir so woanders hin. Äh, wenn ich die jetzt da abbaue. Äh, nutzt der jetzt so ditte? Oder... Landet der denn wieder von 1 oder wie oder wat? Geh mal nicht davon aus, ne? Weil sonst würde ich nämlich sagen... Wenn mir das möglich ist, dann würde ich nämlich am Strand bauen. Wegen gerade Fläche und so. So ungefähr. So, dann müsste ich bloß noch an der Seite irgendwelche Teile ranbauen und dann da auch Ballisten, ne? Die nutzen, glaube ich, normale Pfeile. Würde Sinn ergeben, ne? Ja, 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 ja. Wie gesagt, hier sind sie ja näher rangekommen. Bis vorne hat es ja funktioniert, bis auf die Treppe. Da wollten sie denn doch nicht mehr. Ja doch, jetzt zeigt er mir die Stein an. Eisenbahn, bloß 15. Klebewand haben wir. Klebewand und Eisenbahn, ne, kriegen wir auch zusammen. Sprach er. Sprach er. Und hatte er. Sie ist, habe ich doch gesagt. Einen Kleberstreifen hatte ich hier oben gehabt. Börsenwohn. Ich hatte Kleberstreifen gehabt. Oh, was ist denn nun schon mal? So, da bin ich auch, Willa. Mann, ey. Was ist denn heute hier los? Ich habe jetzt gerade gedacht, meine Tastatur, Batterie, alle? Nö. Dann habe ich gedacht, irgendwie, naja, Moment mal, dann dürfte die Maus ja nicht ausfallen. Dann habe ich einen USB-Hub. Ja, der hat nämlich gerade gesagt, aber keine Verbindung. Das hat ein paar Sekunden, die er dauert, bis ich das hingekriegt habe. Ähm. Ja, gut, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ihr seid komplett den Faden verloren. Stein. Ach so, Mensch, ähm. Genau, Klebestreifen wollte ich. Die Klebestreifen. Ich bin mir fast ganz sicher, dass ich die Börsenwohn in der Hand hatte. Jetzt habe ich die ganze Maus bei mir um angeschlossen. Um angeschlossen. Och, geil. Wißt du, warte, ich mache das jetzt einfach raus. Ist ja nachher. Ist ja aufgeladen die Maus. Rein theoretisch dürfte nichts passieren. Vorsichtshalberweiser. Ich kann doch nicht mal mehr richtig sprechen. Noch schlimmer als vorher. Naja, habe ich gleich mal auch die Batterie von der Tastatur gewechselt. Äh, da ist er doch. Jetzt habt ihr, ich hab doch alle da, Mensch. Jo, Mensch. Alter, wenn was schief jen tut, dann richtig. Und ich hasse es, wenn ich dann so rausgeschmissen werde. So, jetzt ja. Nächste Stufe erreicht. So, was kostet denn die nächste Stufe? Mechanische Teile, Blei, Ton. Ja, aber 50 mechanische Teile ist ja schon hart. Muss ich ja mal sagen. So. Wollen wir? Gleich durch. Zweite Stufe. Kicken wir, was wir krieren hier. Dann kommen sie mal. Vielleicht funktioniert das ja jetzt. Ja, außenrum. Nein, noch nicht so ganz. Nein. Nein. Ja, ihr müsst schon hier... Die nutzen die Treppe nicht. Was ist denn das da? Also, Treppe ist nicht so, was? Ist nicht den ihr so Ding. Kommt da noch was? Irgendwas fehlt da. Gegner. Also, irgendwas hier mit der Treppe ist... Die wissen nicht, wie sie so hochlaufen sollen. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich die Treppe hier an der Seite ran bauen. Scheint wohl wirklich so zu sein. Ich muss die Treppe hier an der Seite ran bauen. Die sind verwirrt und können da nicht hochlaufen. Ich habe auch keine Ahnung, wieso. Hallo, könnten sie mal hier so... Das ist doch nicht alles, oder? Hallo. Sind da uns noch was? Katsache. Ich bin's wohl. Tatsache. Der eine Hannes... Von hinten. Klingt komisch. Der Hannes von hinten. Gut. Also, würde ich mal sagen... Wir haben mal... Das schön an der Seite ran zimmern. Ja, das ist ja mal toll. Ey, lauter Rezepte. Das ist ja mal nice. Leider habe ich keinen Platz. Und dann hoffe ich, dass... Pass auf, und dann kommen sie auf die Seite ran. Und kommen dann da nicht ran. Ach, Mann. Ich weiß es nicht. Um Dibbela rauszufinden, müsste ich nämlich rein theoretisch... Äh... Aufwerten und dann die nächste Order. Mechanische Teile haben wir ja hier. Was zeug denn damit? Warte mal. C. Nein! Da steh ich! Und jetzt sind wir schmissen da. D mein Ding natürlich, ne? D wie wegschmeißen. Kannst du auch eigentlich wegmachen. Das ist ein Eisenmesser. Das lasse ich mal... Weg damit. Was soll ich mit denen, Scheiß? Hallo? Erstmal mitnehmen. Gut. Also machen wir die Treppe an der Seite ran. Oder so an der Seite und dann Stück für Stück, dass die dann da lang laufen. Dann können wir noch mehr Fallen bauen. Ich glaube, das ist so ja eine sehr, sehr gute Idee. Dann baue ich erst mal eh eine Treppe. Und dann hier... Fünf Teile davon noch. Jo, das machen wir so. Du musst ja an irgendwas liegen. Ja, gut. Dann ist das hier... Das hier scheiße, ne? Dann ist das hier scheiße. Dann muss ich das umbauen. Alter. So, naja. Newtetor. Ne Holzrüstung. Schwacher Dünger. Was seid denn damit? Damit doxt aber auch kein mehr. Und dann zauern vor. Oh. Ich brauche jetzt mal Platz. Äh... Achso, ich kann dich eigentlich gleich hier unten rinschmeißen. Dann ist es erstmal raus aus dem Inventar. Steine lasse ich bei mir. Oh. Ach, das ist ein Steinmesser. Mensch, Leute. Was seid denn mit Steinmesser, Mensch? Wir sind doch schon in Eisenzeit angekommen. Gut, okay. Das ist, äh... Stufe ein bisschen stärker oder so. Aber... Ich fühle mich unterfordert. So. Dann bringt mal schnell das Zeug nach oben. Weil munitionstechnischerweise müssen wir jetzt da wieder nacharbeiten. So, wartet, kriegen wir alles hin. Ist ja noch da. Sprach er. Und ihm fiel auf. Es fehlte Eisen. Was ist denn überhaupt mit der Lieferung? Das wird noch eine Weile dauern, glaube ich. Steh schön weiter rum. Ich spiel gerade mit unserer Horden rum. Aber es scheint dir ja völlig egal zu sein. Er ist so nutzlos. Genauso wie... Ach, da sind sie ja. Ich wollte gerade sagen. So. Die sechs. Also, ich geh davon aus. Ach, das hab ich mir gedacht. Ach so, das muss ich erst mal ausräumen, wa? Ja, das hat ja gut funktioniert. Warten sie mal ganz kurz. Ihr sagt, das Ding... Das hat sie erledigt. Das hat sie ja wohl erledigt. Ob das jetzt funktioniert? Ob das jetzt ja denen reicht? Weil tief hier noch ist es ja. Scheiß auf das Eisen, was ich jetzt gerade verloren habe. Wer jetzt unbedingt wissen, wie das hier ist. Hier. Können sie jetzt lang laufen? Eisen weg. Das war natürlich... Da muss ich wohl noch eine Unterbrechung nochmal machen. Der Sack ist wehen... Willens. So, jetzt... Ja, ja, ist so gut. Aber das kann man ja wieder reparieren. So. Gar nicht so schlimm. So, wie gesagt. Dann muss ich die Scheimschlitte bloß noch wieder einsetzen. Ach so. Jetzt würde ich gerade sagen, wo sind denn die Seilen? Ich hab sie gefunden. Ach so, sind drin gesetzt. So, das habe ich, das habe ich. Holz fehlt mir... Gar nicht. Ich setze mal jetzt bloß einen Rinn. Und den setze ich nämlich jetzt da rein. Und rein theoretisch durften die jetzt ja doch ja keine Probleme mehr haben, um da ranzukommen, oder? Denk ich da richtig? Oh, ich weiß nicht. Blei. Maschinenteile fehlen immer noch ein paar. De Blei. Du bist nicht de Blei. Du bist de Blei. Ähm. Wir reden mit euch. Eisenbahnen, das brauche ich gleich noch. Ladet da rein. Eisen. Das ist ja noch Blei da. Eisen. Äh. Kupfer. Ich will jetzt unbedingt wissen, ob das funktioniert. Na gut, hier war ja auch noch was. Oh, Moment mal. Hier ist ja auch noch was. Das ist gut für Modition. Das reicht hinten und vorne nicht. Eisen. Hast du nie was gesagt von Eisen? Jetzt fehlt uns natürlich schon Judeoids. Die Chaotenfolge geht weiter. Und weiter. Und weiter. Na gut, war, wenn du eh mal mit angefangen hast, was rauszufinden, dann ziehst du aber auch durch. Dann will man durchziehen. Wie gesagt, die Steine, die Maschinen, die setzen wir um. Oder wahrscheinlich werden wir hier komplett halt umsetzen müssen. Nicht wahr? Gehen wir davon aus, was ja nicht anders möglich ist. Melze, ihr Eisen. Und das Blei. Kein Eisen. Ja, aber du könntest ja rein theoretisch daraus Eisen machen. Obwohl, aber ich bräuchte auch Steine, ne? Für unseren Bau. So, und ich hoffe, dass das jetzt so funktioniert, wie ich mir denke. Ich will jetzt mal was trinken. Also, wie gesagt, das gehört ja eigentlich schon so. Genau. Du musst ja da durchkommen. Da hat er fallen. Da hat er fallen. Das könnte mir gefallen. Jetzt brauche ich dann bloß noch Eisen. Immer für Munition und immer für die Parts. Wie der für mir ist denn? Ich wollte gerade sagen, wo sind die da hin? Nee, nee, nee. Es dauert seine Zeit. Wie immer. Nee, das ist 1 zu 7. Ich kann das nicht. Ach doch, jetzt. Gut. 50 braucht ich, ne? Ich würde das jetzt mal hier machen. Und dann holen wir uns mal das Zeug runter. Dann brauche ich wieder Eisen. Man kennt das. Das da drin. Das da drin. Das da. Alter, heute voll ins Zeichen der Horden. So, wie sieht's aus. Nochmal sieh mal. Wie gesagt. Die nächste Levelung. Levelung steht vor der Tür, aber... Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Obwohl, wir haben ja Schrutze. Wir werden die schon auf Distanz halten. Also, eine mache ich auf jeden Fall noch. Wie gesagt, ich hoffe, dass es jetzt so funktioniert, wie ich mir denke. Halt. Hat ich halt eingesammelt? Nö. Gleich geht's los. Ganz gleich. Die nächste Stufe haben wir schon mal. Ach so, dann ist das auch gleich weg. Na, das trifft sich aber gut. Mal gleich die dritte Stufe. Mal knacken, das Ding. Scheiß drauf. Jetzt bin ich gespannt. 30 Stunden haben wir noch. Ne, die laufen nicht hoch. Die schaffen die scheiß Treppe nicht. Die wollen da hoch, aber können nicht. Na gut. Jetzt haben wir ein Problem. Das hab ich mir anders gedacht. Vielleicht seid ihr die aufheben. Die. Ich denke, ich mir das vorstellen und da rumballern. Hey, jetzt macht der den Turm kaputt, oder wat? Schön, dass sie, äh, da warten. Ich glaube mal so, die Horn, die funktionieren nicht so ganz, ne? Wie sie sein sollten. Na ja. Sie geben sich ja Mühe. Würde, würde ganz anders aussehen, würde ich mal sagen, wa? Aber warum können die da nicht hochlaufen? Da ist kein Hindernis, nichts. Das ist nicht logisch. Ich muss jetzt mal alles so ausleeren. Wie ihr habt. Dann muss ich das später sortieren. Ich will das jetzt alles erstmal raus haben. Aber ich glaube mal, besser wird das jetzt nicht, was das angeht. Nee, Stroh. Nee, obwohl Stroh ist ja drinne. Das ist jetzt ein wenig, äh, meines Vorhabens enttäuschend. Ich hab jetzt gedacht, wirklich, dass das jetzt so funktioniert tut, dass du da deine Fallen aufbauen tust. Und dann quasi Stück für Stück das dann abreißt. Das war meine Hoffnung. Nee. Ich hab gedacht, da kriegst du dann noch extra Fleisch für. Nö. Naja. Haben wir das wenigstens auch gemacht mit den Hornen. Da ist das Zeug. Mhm. So, dann holen wir uns mal unseren geilen Scheiß. Eine schöne Steinschaufel, schön Holzzeug. Das Einzige, was ich gebrauchen kann, ist das und das. Ja, das auch noch. Und ein bisschen Munition. Wow. Es ist der Wahnsinn. Ja. Also, falls bei euch das mit den Treppen ist, äh, genauso ist wie bei mir. Und ihr habt das gelöst. Bitte sagt mir, wie. Ich täte gerne, es wissen wollen. Weil auf Dauer kann das nicht gut sein für die Horde. Also für mich. So. Ich zeige hier mit diese Bleikugeln. Das bringt mir ja nichts. Wie gesagt, ich brauche Munition. Ey, das cool ist, ich habe ja jetzt dieses Polymer bekommen, ne. Da Täter heißen. Ich kann mir will er andere Sachen bauen. Halt. So. Kann ich die nächste Stufe auch schon? Die dürfte eigentlich nicht funktionieren. Aber ich müsste ja eigentlich... Nee, auch nicht. Wollte gerade sagen, eigentlich müsste ich das ja auch hochleveln können. Hm. Ich glaube, ich muss das erst hochleveln, dass denn das... Ach, warte, wie ist ich. Also. Wir müssen... Vielleicht das kann ich... Ja, ich weiß nicht, ob ich das auf den Boden hätte setzen können. Weil hier mit dem... Mit der Treppe keine Ahnung, was das soll. Die laufen ja los. Ey, du hast da kein Hindernis. Du hast da wirklich kein Hindernis. Hm. Weiß ich nicht. Also Leute. Ich bin dann erstmal raus. Macht euch einen schönen Tag. Tschüss.